Ja, das ist doch definitiv, also mit seiner Erfahrung, ähm, ähm, mal gucken, wie es jetzt heute gegen Basti läuft. Ein junger, der ist aber jetzt noch in Japan, weil er dort die Olympia natürlich, das Aushängeschild von Bad Königshofen von Anfang an hier mit dabei, hier stark geworden, kam jetzt in den ersten Reihen. Und das wird Bad Königshofen dann natürlich auch, auch wenn man punktgleich, haben wir hier die Bälle auch stehen, 43, so 43 Punkte, ähm, Bälle ausgestiegen, auf der Seite von Bad Königshofen, am Ende war, da hat man richtig gemerkt, wie ein richtiger so ein Punkt. Wahnsinn, Spannend. Wie ist eure Meinung zu Doping, ähm, ist, was mit Sicherheit viele von euch auch kennenlernen, ist Tuning, was zur sützlichen Behandlung des Schlägers resultiert. Spielt ja Anti-Top, wenn mit Sicherheit viele von euch kennenlernen Belag, ähm, ich sag jetzt mal, wenn jemand mit, jetzt wirklich jung anfängt, schon mit diesem Spielsystem, dann glaube ich, kann man es aufschlägen. Was es besonders schwer macht, also was sie schaffen, ist eben, wo man es so an sich macht... Und mittlerweile glaube ich Nummer 4 der Welt, die haben eine Wahnsinnsgruppe. Ähm, genau, aber... Daher, ja, ist eine schwierige Frage, aber ich denke, wenn sie komplett... Was wir jetzt hier erleben? Oh, 100 Mal sogar pro Sekunde kann so ein ganz starker Tops, wenn sie sich drehen. Ein Aufschlag, auch schon fast 100 Umdrehungen. Keine Lizenz für die Bundesliga, auch, auch okay. Aber ich denke auch mit... Ja, heute hat Lev Katzmann gespielt. Auch junger, der Schlagbarste. Ähm, der... Aber... Neu-Ulm natürlich mit... Aber... Clever. Richtiges Ding. Ja, das Glück auf seiner Seite gehabt. Da mit dem Netz-Raus-Ball von Aguirre. Verlängerung zweimal. Ist für sich entscheidend gekommen. Schon wieder so geholt ums Netz. Oder was? Wahnsinn, wie Basti heute die Netz-Bälle, die wirklich kurz sind. Jetzt soll mal schauen, geht er ums Netz hier. Rausfischt. Passt, aber auf jeden Fall wahnsinnig geholt. Wahnsinns Ball wieder von Basti. War ja im ersten Satz auch einer. Netz-Serie kann's high-chats sein. Im Spiel schon zwei vermeintlich nicht mehr zu rettunierende Match- 0-2-2-7. Das ist keine leichte Außensituation. Guter Ball hier von Basti. Sechs Match-Bälle. Ja, das war aus der Verzweiflung nochmal ein langer Aufschlag. Ja, aber das ist nicht mehr zu holen. Starkes Ding.